Mehr als 200.000 Frauen und Männer haben jetzt schon das Frauenvolksbegehren unterstützt. Es sind neun Forderungen, die unsere Zukunft gerechter gestalten wollen. Da geht es um gerechte Löhne, da geht es um Kinderbetreuung, da geht es um Unterhaltszahlungen, um uns Frauen und unseren Körper, um Gewaltschutz. Also bitte unterstützen, es zahlt sich aus. Diese Regierung muss sich mit Frauenfragen beschäftigen.